Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 33. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga, unserem Heimspiel gegen den SSV Jan Regensburg. Entstand 2 zu 0. Ganz herzlich bei der Pressekonferenz darf ich begrüßen den Gästetrainer Mersad Selimbegovic und meinen Kollegen Johannes Liedl, die den ersten Teil der PK übernehmen werden. Bitteschön. Vielen Dank. Ja, Mersad, ich bitte dich um dein Statement zur Partie. Ja, danke. Ja, so ein Spiel an sich, genauso wie wir erwartet haben, dass Sandhausen kommt, dass wir auch da Rüsen gesuchen mussten, dass wir uns da befreien mussten von der 1-1-Geschichte. Aber das, was wir nicht erwartet haben, dass wir nach der ersten Flanke von Mittlinie 1-0 in den Rückstand gehen und dass wir bei Elke für uns einen zweiten fressen und am Ende, glaube ich, über 60 oder knapp 65 Prozent Ballbesitz hast, aber keine zwingenden Torschancen und ja, ich wollte am Ende jetzt auch nicht voll ins Risiko gehen, weil das Torverhältnis kann am Ende auch eine Rolle spielen. Und es war ärgerlich, natürlich, weil wir hatten wieder eine Gelegenheit, mit einem Punkt den Sack zuzumachen. Wir haben es nicht geschafft, wir wollen das bis Ende spannend halten, irgendwie habe ich das Gefühl. Und jetzt haben wir eine Finale, jetzt haben wir genau das, was wir nicht haben wollten. Aber wenn das so ist, das nehmen wir dann an und bereiten uns jetzt eine Woche für das letzte Heimspiel gegen St. Pauli und dann sind wir verdammt zu siegen und das müssen wir auch gewinnen und durchziehen. Sandhausen Glückwunsch zum Siegen und alles Gute natürlich in den letzten Spielen. Kommen wir zu den Nachfragen der Journalisten von Heinz Gläser. Reicht jetzt einfach die Kraft nicht mehr ganz, das laufintensive Spiel durchzuziehen? Wo willst du heute laufen? Die stehen nach dem 1-0 schon mit Fünferketten hinten. Du kannst laufen und belaufen, was du willst. Es war eher, dass du nach hinten laufen musst, wenn du Bälle verlierst, dass du Konter absicherst. Wir haben spielerisch keine Lösungen gefunden. Im Körper haben wir eh keine Chance, glaube ich, keiner gegen Sandhausen in dieser Liga. Wir haben keinen Anschlusstreffer gemacht. Das wäre dann, glaube ich, sehr interessant zu sehen, was dann passiert. Aber wir waren zu harmlos, auch in Situationen, die wir hatten, wo wir dann, ja, wir sind durch über Außen, da muss man quer im Fünfer spielen, dann machen wir Haken. Da, wo wir Haken machen mussten, spielen wir da rein, wo keiner drin steht. Also, Entscheidungen waren nicht gut. Clever ist auch verhalten bei Standards wieder natürlich hinten. Und, ja, jetzt muss Kraft reichen. Jetzt haben wir eine Woche, jetzt war es nicht ohne, das war anstrengend. Reise nach Kiel, spiele in Kiel, reise zurück, reise hier und her. Aber das ist einfach so in dieser Liga. Also, Kiel zeigt uns allen, dass das auch geht. Und von daher, Kräfte sammeln, alle können zusammen kennen, was wir haben. Und, ja, Sonntag Vollgas. Ist die Mannschaft nervlich gerüstet für das Endspiel gegen den FC St. Pauli? Ja, klar. Wir haben heute auch gespielt, wir haben uns nicht versteckt. Und das werden wir auch am Sonntag, das ist klar, wir haben jetzt damit keine große Erfahrung. Aber, nochmal, wir brauchen wieder einen Sieg und das werden wir auch schaffen. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank, Merzat. Und dann machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Dankeschön. Danke. Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil der PK mit unserem Trainer Gerhard Kleppinger. Kleppo, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Erstmal danke für die Glückwünsche zu dem Sieg. Ich glaube, das war sehr hofft, erwartet, schwere Spiel heute. Gegen Regensburg, wir sind gut ins Spiel reingekommen, nach der, ich glaube, es war, wie gesagt, schon die erste Eingabe von Alex Schiroff und der Che macht den Ball da rein. Danach hätte ich mir erwartet, dass wir eigentlich mehr Ballbesitz haben, dass wir mehr Kontakte spielen können, um ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzubringen, das ist nicht gelungen. Wir hatten da ein paar Probleme gehabt im Spiel gegen Regensburg mit ihren eingerückten Außenspielern auch. Wir machen dann das 2-0 aus einer Kontersituation heraus. Das hatten wir so ein bisschen analysiert, dass sie konteranfällig sind. In der Phase ist es uns auch gelungen, das 2-0 zu machen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann halt dagegen gehalten, hätten den einen oder anderen Konter noch mal besser ausspielen können. Aber wichtig war für uns ganz einfach, dass wir uns vorgenommen hatten, dass wir das Heimspiel hier gewinnen, die drei Punkte holen und am Wochenende ist halt dann, wie für einige andere, noch Finaltag. Und da gehören wir auch dazu. Aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn wir mit dem gleichen Engagement reingehen, dass wir gute Chancen haben, unser Ziel zu erreichen. Dann steigen wir da auch direkt ein zu den Nachfragen von Nils Wollenschläger, Heidelberg24, Max Wendel, dpa, Schwetzinger Zeitung und Klaus Weber von der Rhein-Neckar-Zeitung. Erste Nachfrage, inwieweit war der über die Ergebnisse auf den anderen Plätzen informiert? Ja, auf der Bank waren wir schon informiert gewesen. Okay, und dann natürlich auch die Nachfrage, die eigene Aufgabe gelöst, aber noch nicht endgültig durch. Wie beurteilst du die Ergebnisse der Konkurrenz und vielleicht ein kurzer Ausblick auf das Saisonfinale in Bochum? Hast du ja eben schon angedeutet. Ja gut, wir wissen ja, Fußball ist eigentlich so kein Wunschkonzert. Wir hatten eigentlich eher damit gerechnet, dass Braunschweig die drei Punkte einfährt. Jetzt ist es halt andersrum gekommen. Aber wir haben nur das in der Hand, was wir erledigen können, das sind die Hausaufgaben, die wir selbst uns gestellt haben. Die haben wir gelöst und den Rest können wir nicht beeinflussen. Und dann kommt es halt jetzt am Wochenende zum Showdown. Es sind halt ein paar Mannschaften dabei. Zwei Fragen im Personalbereich. Einmal hat Tim Kister was Schlimmeres abbekommen. Und Philipp Klingmann hat Dennis Diekmaier heute vertreten. Wie hast du seine Leistung gesehen? Ja, der Klinger hat es gewohnt gut erfüllt, so wie wir ihn kennen. Er hat lange nicht gespielt, das muss man auch dazu sagen. Dafür hat er seine Sache hervorragend gemacht. Er muss dann halt verletzungsbedingt raus. Die Kiste hat dann durchgebissen. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, die ersten Statements, ist jetzt nichts Gravierendes, sodass eine Gefahr bestehen könnte für das Wochenende. Ja, jetzt spielt die Auswärtsbilanz für die fragenden Kollegen eine Rolle. Inwiefern lässt sich das vor dem letzten Spiel in Bochum verdrängen? Ja gut, diese Fragestellung, die verfolgen Sie schon seitdem wir jetzt hier sind. Die Bilanz steht so. Wir müssen gucken, dass wir es hinkriegen, wir müssen es aus den Köpfen rauskriegen. Wir waren auch schon ein paar Mal auf dem richtigen Weg bei den Spielen auswärts, dass wir den Dreier mitbringen. Und haben es aber nicht geschafft, das durchzuziehen. Und ja gut, so banal, wie das jetzt auch klingt. Wir werden einen neuen Anlauf nehmen in Bochum. Und wenn wir mit dem gleichen Engagement reingehen, wenn wir dann auch seriöser verteidigen, daran sind wir ja teilweise auch gescheitert an so Lapsus-Verteidigung, dann werden wir da auch was ziehen. Gut, ja, wir freuen uns auf das Saisonfinale. Unseren Gästen wünschen wir einen guten Heimweg und natürlich auch alles Gute am letzten Spieltag. Das war es von uns. Ihnen noch einen schönen Restsonntag. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Tschau.